Ja, toll. Auf jeden Fall Karriere-Highlight jetzt schon. Mega stolz auf die Mannschaft, wie sie diese Partie auch wieder gespielt und gewonnen hat. Ganz großen Respekt. Ich glaube, einfach nur Freude. Einfach nur Freude. Es ist unglaublich, was wir hier geleistet haben. Vor allem, ich glaube, in den letzten zehn Minuten, wie die Jungs sich wirklich in die Schüsse geworfen haben, was der Matthias da hinten rausgeholt hat. Das ist einfach unglaublich. Ich könnte nicht stolz auf die ganze Gruppe hier sein. Die Eishockey-WM live bei Magenta Sport.